Es wird warm hier langsam ein. Ich bin locker 25 Grad im Raum. So, das sieht irgendwie noch ein TD Heavy Spiel aus. Den gibt es ja kaum wenig. Aber auf jeden Fall ist es auch meine Art. Das ist schon mal jetzt gleich. Boah, Junge, fahr los, Mann, ey! Meine Fresse! Du fährst mir jetzt auch noch alles links irgendwie, oder wie? Dass sie immer eine halbe Stunde an der Base in den Weg rumstehen. Gerade diese fetten Teile. Guck mal, kommt doch mal nichts nach vorne, oder wie? Alter, diese IS-3, die irgendwie... Das ist ein Scheiß-Winkel, die da vorne haben. ... ... Gibt ja auch gerne noch ein paar, wenn du da so immer schön hinfährst. Kein Thema. Gut, dann mach ich es heute. Ich hoffe, dass es immer wieder was zu haben. Ich habe mir die Gäste frei vom Heiß. Oh, mein Gott. Ich wollte auch nicht weiter vorfahren. Oh, nein. 39, ne? Ist jetzt nicht ein Packen-Gehner. Ok. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Fucking Scheiße! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wow, wow! Wow, wow! Wow, wow! Wow, wow! Soll ich jetzt mal hier oben langs machen? Ich kann mir vorstellen, dass die T34 jetzt hier inzwischen oben ist Das schaffe ich erst mal, okay... Das werdet ihr auch nicht schaffen... So... So, und nicht anders... Jo, Jogi, so weit ist eigentlich alles gut... Ich hab irgendwie eben ganz fürchterliche Runden gehabt teilweise irgendwie... Also so vor 10 Minuten... Also so vor 10 Minuten war es echt fürchterlich, aber mittlerweile nicht wie ich es hier... Ey, Meister! 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 Ja, das ist aber nicht geregelt, wenn ich selbst drunter will... Aber ich will das mal... Sondern ich werde jetzt hier noch mal aufladen... Wann war das? Nach 3,25... Das war nämlich dann doch immer noch eine nette Runde eigentlich. Gut. Was ist denn das hier? Naja. Ja, das war eigentlich eine ordentliche Runde. 3800, das ist so viel, wie ich im Team 2020 dann auch nicht jeden Tag. Aber gut. Ja, den hatte ich echt noch nicht, also das ist dann immer eine sehr oft, weil die Nachricht so gut, wenn man den auch noch den Meister macht. So, und da fahre ich mich auch jetzt ganz bewusst nicht in die Stadt rein. Das war dann halt eher so in die Richtung. Also zumindest Mausappobat hat irgendwie dann den Start gefahrt, um in die Stadt zu fahren, da war man dann quasi in der Stadt festhinkt erstmal, weil man da rundherum überall diese Weiten von den Flächen hat irgendwie. Und er meinte halt so, man sollte auf jeden Fall erstmal diese Klänge gewinnen. Und das halte ich für nachvollziehbar, weil man da irgendwie über diese freie Fläche da joggeln oder so, das muss ich glaube ich wenigstens. Das ist jetzt, fahren wir die Videos in die Stadt. So, ich hoffe ich werde jetzt nämlich gleich ausgenommen, wenn ich hier, ich würde gar nicht gerne rechts eigentlich fahren, aber das ist, ich muss rechts fahren als Call of the Stars scheiße. Fuck. Alter, was kommt denn da noch alles anders an? Ah, schöner Leachers. Einfach mal abgedrückt, wenn da so los und alles steht. So, komm, den Punkt an, nehmen wir jetzt die Möglichkeit aus. Oder den, auch den, auch den, auch den damit. Ich bin ja ein wenigstens Kerl. Boah, Alter, was ist hier so eine Sammlung? Ich will hier weg, die Artie, die Artie, die Artie hält ja weg rein, ich weiß das. Oh, was ist das? Ich will hier. Okay. Jetzt ist es mal so, wenn ich hier reise. Ich weiß auch nicht, dass das Fleisch macht. Schöne Stelle. Schöne Stelle. Aber halt oder das nicht viel ist zu weit. Ich will hier weg, hier ist die Arty gleich genug. Wir brauchen mal Gewicht. Der VK ist quasi tot. Wir brauchen mal Gewicht. Hm hm hm. Da hat man Städte dazu, dass ich da hinschießen kann. Das kann ich auch noch mal. Na eben, wir sind nämlich jetzt alle in der Stadt da oben gekommen. Da jetzt hoffen wir nicht mehr zur Base zurück. Ja ja, wir sind ja schon auf dem Weg. Alles gut. Und dann geht's. Da wird eben nicht mehr. ist das ein Minimum? das ist ein Minimum? Vielen Dank. Okay. Schöne Runde. Ja gut, das war jetzt mal eine erste Klasse der Apex-Explosion. Man kann ja nicht über Meisterwürfel. Auch wenn das nicht so warm hier wäre, dann wäre das auch richtig angewiesen. Gut, den werde ich dann wohl mal auf glückliche Position fahren und mich da eingraben. Naja, ich glaube ein paar gute Spiele hätten sie jetzt offen zu geben. Aber das hier vorhin auch ganz, ganz an. Ich kann ja mal gleich meine Gesamt-VN8 von heute zeigen und meine Gesamts-Sieg-Rate ist nicht an mir überwarten. Das hat die E3 von Golds jetzt wieder nach oben da bleiben. Ja, macht das richtig frei jetzt hier unten. Ja. 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 Ja.